Viele Spieler sind es nicht mehr, die Jürgen Klopp zum Training begrüßen kann. Die Personalsituation bei Borussia Dortmund hat sich vor dem DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Saarbrücken weiter verschärft. Jetzt muss der ohnehin schon gebeutete BVB ausgerechnet auch noch auf Superstar Marco Reus verzichten. Der Nationalspieler fällt aus. Wer nicht sicher gar nicht mitfahren wird, ist Marco. Da ist es eben so, dass der Bluterguss, der dann erwartet, im Moment eine genaue Diagnose verhindert. Das kann positiv sein, dann ab Mitte, Donnerstag, dass man dann sehen, dass es nicht so schlimm ist, dass es eben nur ein Bluterguss ist oder dass noch ein bisschen was dahinter ist. Das wissen wir im Moment nicht. Kann beides sein. Die Verletzung von Dortmunds Offensivmotor, sie kommt denkbar ungünstig. Denn auch weitere Leistungsträger drohen auszufallen. Es sind nicht mehr viele Spieler, auf die Jürgen Klopp zurückgreifen kann. Doch auch so sollte der BVB die Hürde Saarbrücken im Pokal meistern. Bis zum nächsten Mal.